Also erstmal herzlichen Glückwunsch für die Idee und auch für den Beschluss letztlich, dieses Holzbau-Cluster auch zu gründen, ist ja nicht selbstverständlich. Letztlich, glaube ich, geht es darum, und das zeigt ja ein Stück weit auch schon die Messe hier, dass es darum geht, die Produktionseinheiten, die Wirtschaft, die Industrie zusammenzuführen, die sich mit dem Thema Holzbau in besonderer Weise treffen und damit auch, glaube ich, Statements setzen, dass wir ökologisch bauen können, auch in Brandenburg bauen können. Da gibt es noch viele Hürden, das ist gar keine Frage, aber das Cluster ist natürlich eine gute Möglichkeit, das Know-how sich zu holen dafür, dass wir sehr verstärkt auch mit diesem einheimischen Rohstoff auch umgehen können und in Zukunft noch stärker als bisher davon profitieren, dass wir eigentlich eine ganz gute Holzindustrie auch in Brandenburg haben. Und das macht mich auch ein bisschen stolz und ich kann dann nur beglückwünschen, dass wir das alles gut auch unter einem Rahmen, auch mit dem MIL, auch natürlich mit den Berlinern, zusammendenken und vor allem zusammen handeln. Und ich bin neugierig, was es an Neues auch letztlich mit diesem Tag verbunden hier vor Ort gibt.